Bundesministerium der Finanzen mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 24, 24 und 24, 25. Berichterstatter sind die Abgeordneten Andreas Schwarz, Dr. André Berghecker, Dr. Birgit Malzsack-Winkemann, Christian Dörr, Dr. Gesine Lötz, Sven Christian Kindler und den Einzelplan 020 Bundesrechnungshof mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 24, 24 und 24, 25. Hier sind die Berichterstatter, die Abgeordneten Ekin Deligöz, Dr. André Berghecker, Esther Dilcher, Ulrike Schilke-Ziesing, Ulla Ihnen, Michael Leutert. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 90 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Und ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Peter Böhringer, AfD. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Anmerkung vielleicht aus aktuellem Anlass. Diese Rede halte ich unter der Prämisse, dass die Mehrheit, die wir im Ausschuss hatten, bei den Haushaltsberatungen, auch bei der Endabstimmung am Plenum noch steht. Das wäre also die von CDU, CSU und SPD. Doch das ist wahrscheinlich, denn wir erleben ja derzeit eigentlich nur großes Staatsschauspiel im Hinblick auf die Bayernwahlen. Die Forderung von Herrn Seehofer nach der Zurückweisung von Migranten, die bereits einen Antrag im anderen Land gestellt haben, war schlicht die Forderung nach der Einhaltung geltenden Rechts, das seit 2015 an den deutschen Grenzen permanent gebrochen wird. Und es sagt viel über den Zustand unseres Landes aus, wenn diese selbstverständliche Forderung ernsthaft Widerspruch der Kanzlerin auslösen kann und sie diesen Machtkampf dann auch noch gewinnt. Zur Sache zum Haushalt 2018. Es ist ein Idealumfeld mit Niedrigszinsen, EZB-Anleihekäufen, Target 2, alles letzten Endes künstlich die Konjunktur und damit die Steuereinnahmen stimulierend. Der angeblich ausgeglichene Haushalt ist damit kein Erfolg guter Politik, sondern Ergebnis nicht nachhaltiger Sondereffekte und von nicht eingestellten Risikoforsorgemaßnahmen. Wären im Ausschuss alle Änderungsvorschläge der AfD angenommen worden, hätte sich eine Entlastung des Bundeshaushalts von etwa 3 Milliarden Euro ergeben. Und dabei hat die AfD die sogenannte Asylrücklage in Höhe von 23 Milliarden Euro noch gar nicht angefasst. Würde die Regierung an den Grenzen zum Recht zurückfinden, dann könnten diese Milliarden für andere Aufgaben oder für Steuerentlastungen eingesetzt werden. Die Umwidmung könnte unseres Erachtens auch relativ schnell vollzogen werden, da die Rückkehr zum Recht inzwischen ja auch von Kollegen anderer Fraktionen gefordert wird. Der Minikompromiss von heute Nacht würde dafür aber keinesfalls ausreichen, wenn er denn überhaupt umgesetzt wird. Einige Anmerkungen zum Entschließungsantrag der AfD. Erstens. Transparenz beim Haushalt. Die Koalition brachte einige ihrer wichtigsten Änderungsanträge erst in letzter Stunde ein, obwohl wir ja wochenlang in x Sitzungen diskutiert hatten. Ein besonders prägnantes Beispiel war ein Änderungsantrag der Koalition über fast 2 Milliarden Euro, der in der Abschlusssitzung morgens um 1 Uhr eingebracht wurde und die Ausgaben für die Bundesschuld reduzieren sollte. Dies bei einem Titel, bei dem wir noch fünf Tage zuvor im Berichterstattergespräch erklärt worden waren, das sei unmöglich, weil diese Entwicklung sei viel zu unsicher. Hier könne keine Reduzierung vor erfolgen. So etwas ist nicht seriös. Diese Milliardenkürzung diente ausschließlich der Sicherstellung der künstlich herbeigerechneten schwarzen Nullen. Bei vielen brisanten Fragen zur Haushaltsposition hält sich die Regierung bedeckt, etwa beim Thema Migrationskosten. Entweder weiß sie gar nicht genau, was die von ihr alimentierten intransparenten NGOs damit so machen, mit dem Geld, oder sie will es nicht sagen. Fast die Hälfte des Etats des Auswärtigen Amts steht unter sogenannten Deckungsvermerkten. Die entsprechenden Titel sind somit untereinander vermischungsfähig, ohne dass der Bundestag hierüber nochmals entscheiden müsste. Dies hebelt ebenso wie Übertragungsvermerke oder wie die Projektfinanzierung über verschiedene Teilhaushalte das Transparenzgebot des Haushalts aus. Und es gefährdet bei exzessivem Einsatz sogar die Etathoheit des Parlaments. Zweitens. Die EU wird haushalterisch weiterhin als Staat behandelt. Die deutschen Beiträge zum EU-Haushalt werden als negative Einnahmen verbucht, was den Bundeshaushaltungen nach unserer Ansicht illegitim verkürzt, optisch verkürzt und auch buchhalterisch. Der Bund hat eigentlich Ausgaben über 375 Milliarden Euro und nicht die ausgewiesenen 343 Milliarden. Das ist die offizielle Zahl. Die deutschen EU-Kosten von etwa 32 Milliarden Euro sollten eigentlich nach dem Bruttoprinzip zuerst als Steuereinnahmen verbucht werden und dann als EU-Kosten nochmal verbucht werden. Denn nicht die EU erhebt die Steuern, sondern Deutschland. Die gängige Praxis impliziert, dass die BRD die EU-Steuern für den Überstaat EU eigentlich nur beitreibt. Man spricht da auch von EU-Eigenmitteln, was eine Staatsqualität der EU suggeriert, die es gar nicht gibt und auch nicht geben darf nach Verfassungsrecht. Das heißt aber nicht, dass es die EU nicht versucht mit dieser Fiskalkapazität. Ganz aktuell liegt uns ein Verordnungsentwurf der Kommission vor, der der EU tatsächlich das Recht auf eigene Steuererhebung einräumt in der Zukunft. Leider wurden vorige Woche hier im Haus zwei AfD-Anträge abgelehnt, die diese verfassungswidrigen Planungen der EU stoppen wollten. Drittens. Kosten der Integration nicht asylberechtigter. Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, müssen laut geltendem Gesetz in ihre Heimatländer zurückkehren, sobald der Fluchtgrund entfallen ist. Die AfD sieht keine Notwendigkeit, mit hohem finanziellen Aufwand die Integration dieser Migranten irgendwie sicherzustellen. Viertens. Verteidigungsfähigkeit wiederherstellen. Die Ausrüstung der Situation der Bundeswehr befindet sich in einem katastrophalen Zustand. Der AfD hat Aufwüchse bei denjenigen Positionen des Verteidigungsetats beantragt, die der Landesverteidigung im engeren Sinne wirklich dienen. Fünftens. Ideologischen Gesellschaftsumbau stoppen. Viele Mittel werden ressortfremd, aber stets im Sinne einer linksgrünen Indoktrinierung eingesetzt. Fast jede Stelle muss dazu ihren Beitrag leisten. So betreibt beispielsweise das Kanzleramt Projekte zur Diversitätsentwicklung. Meine Damen und Herren, derartige Projekte sind nach Ansicht der AfD-Fraktion zu streichen. Diversität schafft sich eine Gesellschaft selbst, wenn sie es denn will. Wir brauchen eine Rückbesinnung der Regierungsinstitutionen auf die ihnen zugedachten Aufgaben, nicht zuletzt im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung. Sechstens. Die Klimasubvention runter. Die sogenannte Energiewende ist zu hinterfragen. Eine Neuorientierung in der Klimapolitik wäre gleichzeitig eine Förderung des Industriestandorts Deutschland. Statt künstliche CO2-Zertifikatsplanwirtschaft zu betreiben, gilt es, Unternehmen Marktschancen frei nutzen zu lassen und suchen zu lassen. Aus dem Haushalt sollte hier nur die entsprechende Infrastruktur finanziert werden. Hier herrscht Nachholbedarf, insbesondere beim Fernstraßenbau oder beim Straßenbau generell. Ja, dann, mein Ceterum sensio, Kosten der Euro-Rettung. Ich muss es immer wieder wiederholen. Wir fordern die Bildung von Rückstellungen für die künftigen, gewaltigen und fast sicheren Ausfälle der Euro-Rettungsgelder. Dies hartnäckig zu unterlassen, ist ein permanenter Verstoß gegen die Grundregeln der Haushaltsvollständigkeit und der kaufmännischen Vorsicht. Wir reden von Hunderten von Milliarden. Erst am vorigen Freitag hat der Bundestag wieder einmal eine Auszahlung an Griechenland aus dem Schattenhaushalt ESM genehmigt. Sehr praktisch, diese Schattenhaushalte. Wäre das nicht so gegangen, dann hätten diese 4 Milliarden direkt sichtbar aus dem deutschen Bundeshaushalt gezahlt werden müssen. Und das ist nur die absolute Spitze des Eisbergs. Herr Minister Scholz, in Ihrer Haushaltsrede am 15. Mai sagten Sie, Europa ist für Deutschland das wichtigste nationale Anliegen. Es geht um die europäische Souveränität. Dazu stellen wir fest, dem deutschen Volke lautet unser Auftrag. Die europäische Fehldenke ist es, die die Bürger der Politik entfremdet und von der sie sich abwenden. So sehr, dass die Wählerabwanderung inzwischen dies an sklavisch-europäischen CSU-Funktionäre zur Rhetorik gegen noch mehr Europa nötigt. Auch wenn das reine Heuchelei ist, denn gleichzeitig stimmt die CSU in Brüssel für noch mehr, dann sogar legale Migration, Stichwort Dublin 4. Wir sagen, nein, es geht eben nicht um europäische Souveränität. Und nein, Europa ist nicht das wichtigste Anliegen Deutschlands. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Johannes Kraas, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt, und das ist nach den letzten Tagen ja besonders erfrischend, mal zur Abwechslung zurück auf die Sachebene. Dafür sind wir da, und deswegen ist das gut. Wir haben ja nun die Haushaltsberatung gehabt. Wir haben hier eben eine etwas unterkomplexe Rede des Kollegen von der AfD gehabt. So kennt man sie. Aber auch das ertragen wir mit Fassung, weil wir wissen, dass diese Koalition und dass diese Regierung zumindestens auf der Sachebene, die wir hier heute diskutieren, dieses Land anständig und vernünftig regiert. Das kriegen wir hin, weil in den Aussprüssen anständig gearbeitet wird. Und das, was die Bundestagsabgeordneten können, können ja vielleicht auch die Parteiführungen der Union sich vornehmen. Und dann kommen wir alle am Ende dazu, dass wir auf der Sachebene das einlösen, was wir mit dem Koalitionsvertrag den Menschen in diesem, unserem deutschen Vaterland, versprochen haben. Und zugesagt haben. Und das werden wir jetzt auch tun. Dazu hat Olaf Scholz einen Haushalt vorgelegt, der all diese Punkte auch entsprechend umfasst. Ich freue mich, dass hinter mir der Präsident des Deutschen Bundestages sitzt. Der hat auch schon in der letzten Legislaturperiode auf uns ein bisschen aufgepasst, in seiner vorherigen Verwendung. Und ich kann mal sagen, so wie der letzte Haushalt vernünftig war, so ist dieser Haushalt auch sehr vernünftig. Es gibt aber ein paar kleine Unterschiede. Einer dieser Unterschiede ist, dass wir mehr Geld für Investitionen ausgeben. Das wiederum ist etwas Gutes. Das ist in diesem Land etwas. Das wird bei den Menschen ankommen. Denn wir geben mehr Geld aus für Straße, für Digitalisierung, für Schule, für Bildung, für viele Dinge, für viele Themen, die für die Wähler in diesem Land richtig und wichtig sind. Und neben all dem Klamauk der letzten Tage, finde ich, muss man den Menschen das Vertrauen in der Politik auch wieder zurückgeben. Es wäre nämlich gut, wenn wir das auf der Sachebene tun. Deswegen haben wir hier in dieser Koalition nochmal 2,76 Milliarden bei den Investitionen obendrauf gelegt. Ich glaube, damit haben wir Haushälter unseren kleinen Beitrag geleistet. Für uns Sozialdemokraten und für die Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU und mit dem Kollegen Ecki Rehberg arbeite ich da ja seit Jahren gut und vertrauensvoll zusammen. Ecki, dass du schmunzelt, ist mir Lob genug. Das zeigt, dass wir eben hier auch gerade beim Personal den guten sozialdemokratischen Dreisatz wieder hinkriegen, damit diese Investitionen, die wir hier in den Haushalt reingeschrieben haben, auch umgesetzt werden und nicht wie in den letzten Jahren teilweise zurückfließen, haben wir gesagt, wir brauchen auch einen handlungsfähigen Staat. Einen Staat, der satisfaktionsfähig ist, der es schafft, das Geld, die PS, auch auf die Straße zu kriegen. Deswegen gilt der alte sozialdemokratische Dreisatz. Wir schaffen neue Stellen, wir heben Stellen und wir entfristen. Nur wenn wir einen Staat haben, der handlungsfähig ist, können wir das Geld auch entsprechend umsetzen. Deswegen schaffen wir über 3.000 neue Stellen bei der Bundespolizei, 525 Stellen im Bundeskriminalamt. Die Zollverwaltung kriegt 1.400 neue Stellen. Und wir haben auch einen Maßgabebeschluss geschaffen, dass in den nächsten vier Jahren jedes Jahr 2.000 neue Stellen beim Zoll geschaffen werden. Ich glaube, jeder, der weiß, wie die Situation beim Zoll ist, wird dies begrüßen und unterstützen. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, man hört in den letzten Tagen häufiger davon, gibt es 1.650 neue Stellen zusätzlich. 4.500 Stellen, Herr Seehofer, werden entfristet. Ich glaube, das ist auch ganz in Ihrem Sinne. So, dass wir dann auch dazu kommen, dass diese Behörde vernünftig ihre Arbeit erledigen kann. Bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, auch das ist für viele wichtig, die wissen, dass diese Immobilien für die Kommunen, für den Wohnungsbau wichtig sind, haben wir 200 Stellen entfristet. Ich glaube, dass das auch eine gute Sache ist. Gleichzeitig haben wir hier einen Haushalt, der viel gute Dinge tut, aber keine neuen Schulden schafft. Bei der Union hieß das immer schwarze Null. Wir haben immer gesagt, über schwarze Nullen reden wir nicht. Wir machen keine neuen Schulden. Und das hat was mit Generationengerechtigkeit zu tun. Generationengerechtigkeit bedeutet nämlich, dass andere Menschen dann auch die Schulden bezahlen müssen, die hier gemacht werden. Deswegen machen wir seit fünf Jahren keine neuen Schulden. Und seitdem die SPD an der Regierung ist, schwarz-gelb, hat das nicht hingekriegt, Herr Buschmann. Ihre FDP hat mitregiert, als dreistellige Milliardensummen an Schulden gemacht worden sind. Seitdem die SPD mit der Union regiert, werden keine neuen Schulden gemacht. Und das zeigt auch dieser Haushalt. Deswegen ist es ein guter Haushalt und dem kann man auch zustimmen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Otto Fricke, FDP. Sehr geschätzter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Der Haushalt gibt den Bürgern Klarheit darüber, was Geisteskind die Regierung ist und wie sie sich das vorstellt. Im Koalitionsvertrag steht eine neue Dynamik für Deutschland. Ja, könnte man so sehen. Aber wenn man dann genauer guckt, dann ist das kein Haushalt der Dynamik. Das ist kein Haushalt der Ideen, sondern das ist ein Haushalt der Verschwendung. Es ist ein Haushalt der Verschwendung von Möglichkeiten. Die Möglichkeit, Zukunft zu gestalten. Die Möglichkeit, die Bürger zu entlasten. Die Möglichkeit, ernsthaft in Forschung und Bildung zu investieren. Die Möglichkeit, ernsthaft Schulden zu tilgen. Die Möglichkeit, ernsthaft Anteile an Unternehmen zu verkaufen. Die Möglichkeit, ernsthaft Subventionen abzubauen. All diese Möglichkeiten verschwenden Sie mit diesem Haushalt in einer Art und Weise, die nicht zu akzeptieren ist. Und warum machen Sie das? Warum macht das diese Koalition? Neben all der kleinen Auseinandersetzungen, die man in der Demokratie ja haben muss. Ihnen fehlt die Grundeinstellung. Sie haben, und der Kollege Kahrs hat sich ja dessen gerühmt, gesagt, wir Haushälte haben jetzt noch mal mehr Geld ausgegeben. Die Antwort muss sein, liebe Bürger, wir haben euch noch mal mehr Geld genommen. Verteilen es dann euch von euch zurück und möchten dafür gerne Applaus. Das ist kein Verständnis von einem Staat, in dem der Bürger im Zentrum steht. Und rein ziffernmäßig. Der Haushalt steigt um 3,9 Prozent statt bisher 3,1 Prozent. Dabei verschlechtern sich die Wirtschaftsprognosen von 2,3 auf ungefähr 1,9. Was ist das für eine Grundeinstellung, in der nicht nur eine Regierung sagt, was stört mich das, wie das Wachstum aussieht und die Zukunft aussieht, sondern in der auch noch die Koalitionsfraktionen, liebe CDU, CSU, das kann ich Ihnen hier wirklich deutlich dann auch noch mal ins Buch schreiben, genauso sagen, wir geben einfach noch mal mehr aus. Es ist am Ende Verschwendung. Verschwendung auch bei Investitionen. Ja, der Finanzminister wird sich jetzt rühmen und wird sagen, wir haben ja jetzt 39,8 Milliarden, wir haben noch mal ganz viel bei den Investitionen draufgetan. Herr Minister, wollen wir mal ehrlich sein, wie machen Sie das denn? Sie gehen hin und dann gibt es das Baukindergeld, wo also Private investieren. Haus bauen, Wohnungen kaufen, älteres Haus kaufen, renovieren. Und was sagen Sie? Boah, das ist, wenn ich Baukindergeld gebe, eine staatliche Investition. Komisches Investitionsverständnis, das Sie da haben. Unser Verständnis von Investitionen ist das nicht, sondern es ist im Endeffekt genauso wie an anderer Stelle nur die Möglichkeit, Zahlen nach oben zu geben. Aber Sie schauen nicht auf das, was wirklich dann ankommt, wo wirklich in Zukunft investiert wird. Sie investieren fast immer nur in die Vergangenheit. Dann, Herr Kollege Kauder, wenn Sie das für abwegig halten, nehmen Sie doch noch Ihre digitale Infrastruktur. Sie stellen in den Haushalt 2,4 Milliarden ein. Und wie viel von den 2,4 Milliarden geben Sie dieses Jahr aus? Null. Aber Sie rühmen sich, dass Sie 2,4 Milliarden mehr investiert haben. So läuft das Spiel doch im Moment ab. Privatisierung. Dieser Staat ist Eigentümer von so vielen Unternehmen. Er hat Anteile an zwei Banken, an der Telekom, an der Post und so weiter. Jetzt könnte man ja mal sagen, wann, wenn nicht in wirtschaftlich guten Zeiten ist diese Regierung in der Lage, Anteile zu verkaufen? Macht sie nicht. Macht sie nicht. Noch viel schlimmer, wenn man dann mal nachfragt, und das, Herr Finanzminister, finde ich dann schon eine harte Nummer. Ihr habt, ja, ich weiß, ihr werdet jetzt gleich applaudieren für das, was er macht. Dieser Finanzminister hat gemeinsam mit seinem Vorgänger noch mehr Anteile an privaten Unternehmen gekauft. Er hat, und Achtung, nicht für eine Million Telekom-Aktien gekauft, er hat 40 Millionen Telekom-Aktien gekauft. Das muss man sich vorstellen. Und das ist das Ziel, das ist die neue Dynamik. Für mich ist das Verschwendung statt Abbau von Neuverschuldung. Meine Damen und Herren, im Endeffekt fehlt dieser Koalition die Linie. Es ist der Versuch, dass all die Dinge, die in den letzten vier Jahren schon gemacht worden sind, irgendwie mit mehr Geld zugekleistert werden. Und wir werden es ja am Freitag dann auch wieder erleben, wenn der neue Haushalt kommt. Es wird gesagt, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen mehr, dort ein bisschen mehr. Aber was nicht passiert ist, dass Sie wirklich in die Zukunft blicken, dass Sie wirklich sagen, wo werden wir in Zukunft mit diesem Land hingehen. Ja, Sie diskutieren über Digitalisierung. Aber wie gesagt, Sie schieben dann Gelder hin, die nicht ausgegeben werden. Ja, Sie diskutieren darüber, dass wir in die Infrastruktur was tun müssen. Ich bin sehr gespannt, wann Sie es schaffen, dass irgendwelche Brücken in Nordrhein-Westfalen auch deswegen mal funktionieren, weil die richtigen Finanzmittel auch gegeben werden. Und dann das Damoklesschwert der Rente. Das Damoklesschwert der Rente mit diesen enormen Ausgaben, mit der enormen Steigung steht über Ihnen. Wenn Sie das nicht lösen, wird Ihnen spätestens 2020 der Haushalt um die Ohren fliegen. Auch das haben Sie nicht gelöst. Aber, meine Damen und Herren, zum Schluss ein persönliches Wort. Erstens bedanke ich mich auch bei den Koalitionsfraktionen für das gute Klima im Haushaltsausschuss. Und ich darf sagen, und vielleicht gibt man das dann als freundliches Wort, indem man Albert Schweitzer zitiert, beim Thema Verschwendung, das Einzige, was nicht weniger wird, wenn man es verschwendet, ist die Liebe, auch unter Schwesterparteien, aber leider nicht in diesem Haushalt. Jetzt hat es mal der Kollege Eckhardt Rehberg, CDU, CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Haushalt der Kontinuität. Und wenn man hier darauf schauen kann, dass wir jetzt den fünften Haushalt auf den Weg bringen, ohne neue Schulden, dass wir im Blick haben, nach 17 Jahren wieder die Maastricht-Kriterien einzuhalten, dann gehört zur Wahrheit dazu, dass die Erblast nach der Finanzkrise eine gewaltige war, 300 Milliarden Haushaltsvolumen, 86 Milliarden Neuverschuldung im Soll. Und lieber Johannes Kahrs, ja, ihr seid seit 2014 mit dabei, aber der Weg zwischen 2009 und 2013, der war auch kein ganz einfacher. Und deswegen kann man heute bilanzieren, an diesem Haushalt der Kontinuität hat eine Truppe von Beginn an mitgearbeitet und mitgewirkt, und das ist die Union, eine unionsgeführte Bundesregierung unter Angela Merkel. Und das Ergebnis sehen wir heute, und darauf kann man stolz sein. Und ich kann mich dem Kollegen Fricke anschließen, es war eine harte Zeit, die letzten Wochen und standen weniger Sitzungstage zur Verfügung. Und Frau Kollegin Lötzsch, wie Sie darauf kommen, dass die Haushaltsberatungen chaotisch verlaufen sind, erschließt sich mir nicht. Ich finde, so ruhig, so sachorientiert, es ist selten gewesen, und Johannes, ich gebe dir recht, es ist manchmal gut, stundenlang im Haushaltsausschuss zu sitzen, Sacharbeit zu machen und links und rechts nichts zu hören, dann kommt man zu guten Ergebnissen. Das ist wohl wahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Haushalt der Zukunft. 39,8 Milliarden in Investitionen, 11,6 Prozent. So viel Investitionsmittel haben wir noch nie zur Verfügung gestellt. Wir haben noch mal 2,4 Milliarden in den Digitalpakt Schule genommen. Deswegen stehen mittlerweile insgesamt mit dem Breitbandausbau, den Alexander Dobrindt initiiert hat, mit dem Kommunalinvestitionspaket fast 10 Milliarden Euro zur Verfügung für die Digitalisierung auf verschiedenen Ebenen in Deutschland. Das heißt, wir haben kein Problem mehr, Investitionsmittel zur Verfügung zu stellen, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen kann ich nur die Bundesregierung ermuntern und auffordern, wir müssen an die Entschlackung von Planungsrecht ran. Wir müssen Standards absenken. Wir haben alle nichts davon, immer mehr Geld ins Schaufenster zu stellen. Und Bund, Länder und Kommunen bekommen das nicht umgesetzt. Und lieber Kollege Fricke, Verschwendung. Wie man auf die Idee kommen kann als FDP, 100 Millionen abzusenken bei dem Instrument der Wirtschaftsförderung, gerade für ländliche Räume, für strukturell schwache Gebiete. Das heißt, ihr wolltet die GRW-Förderung von 600 auf 500 Millionen absenken. Angeblich, weil die Mittel nicht abfließen. Ich kann euch nur sagen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin brauchen dieses Geld dringend, genauso wie die strukturschwachen Gebiete im Westen. Wer auf so einen Blödsinn entschuldigen kommen kann, den kann man politisch nicht ernst nehmen. Das ist ein Haushalt der Entlastung. Der erste Schritt ist jetzt gemacht worden mit dem Familien- und Entlastungsgesetz. Wir werden insgesamt in dieser Legislaturperiode Bürgerinnen und Bürger um 63 Milliarden Euro entlasten, im Jahr 2021 in der Endstufe um 30 Milliarden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Investitionsaufwuchs und mit dieser Entlastung, glaube ich, machen wir Deutschland zukunftsfest. Wir geben den Bürgern das zurück, was sie über Steuern und Abgaben einzahlen, da, wo es möglich ist und sinnvoll. Ich kann mir noch mehr Entlastung vorstellen. Wir in der Unionsfraktion können uns das, dass die Arbeitslosenversicherung nicht um 0,3 Prozent, sondern um 0,5 Prozent abgesenkt wird. Wenn es richtig ist, dass 20 Milliarden Euro Rücklage bei der Arbeitslosenversicherung eine gute Basis sind, dann kann man um 5 Milliarden Euro absenken. Dann werden wir hier 2019 bei 20 und schon 2020 hätten wir wieder 26 Milliarden Euro bei der Arbeitslosenversicherung. Und deswegen muss man, glaube ich, auch bei der Pflege müssen wir erhöhen, den Bürgern wieder hier Entlastung zurückgehen. Ganz nebenbei an die Kolleginnen und Kollegen der SPD, gerade wenn ich bei den Sozialbeiträgen entlaste, dann treffe ich die einkommensschwachen Schichten, die keinen Steuern zahlen. Und das ist die beste Sozialpolitik, die man machen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein sozialer Haushalt. 52 Prozent des Haushalts sind Sozialausgaben. Und ich glaube, gerade in dem Dreiklang, was Zusammenhalt von Gesellschaft betrifft, was beim Thema Baukindergeld, freifinanzierter Wohnungsbau und Aufstockung des sozialen Wohnungsbaus erfolgt ist, was wir jetzt umsetzen werden im Haushalt und in den nächsten Jahren, das ist ein guter Dreiklang. Wir ermuntern, junge Familien mit Kindern Eigentum zu schaffen. Und ich bin froh, ich bin wirklich froh, ich komme aus der Fläche, dass eine Wohnraumbegrenzung weg ist. Das wäre die größte Krux gewesen, das wäre absurd gewesen, wenn wir gerade in der Fläche 120 Quadratmeter gehabt hätten. Ich sage mal ein bisschen ironisch, wer sich ausgedacht hat, dass für ein Kind 10 Quadratmeter reichen. Ich habe 1987 zu tiefen DDR-Zeiten Kinderzimmer mit 18 Quadratmeter gebaut und die wurden gefördert. So viel zur Wahrheit der ganzen Geschichte dazu. Also wir wollen nicht zurückgucken, sondern nach vorne. Deswegen ist das eine gute Lösung. Herr Bundesfinanzminister Scholz, Sie haben unsere volle Unterstützung bei der Grundgesetzänderung beim Thema sozialer Wohnungsbau. Wir wollen den Ländern diese Aufgabe nicht wegnehmen. Aber wir wollen das Geld dahin bringen, wo es hingehört. Und deswegen glaube ich, sollten wir hier Union, SPD, Grüne und FDP, wir müssen das ja gemeinsam stemmen, uns sehr gut den Bericht des Bundesrechnungshofs zu diesem Thema durchlesen, und zwar das Thema Zusätzlichkeit. Der Bundesrechnungshof hat ganz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der jetzigen Fassung weiter die Gefahr besteht, dass der Bund Mittel für den sozialen Wohnungsbau an die Länder transferiert, die Länder aber nicht ihre eigenen Mittel dagegen setzen. Und ich habe das hier schon oft an dieser Stelle gesagt. Ich möchte gerne, dass aus den 1,5 Milliarden, die der Bund zur Verfügung stellt, insgesamt in und für Deutschland drei Milliarden werden für den sozialen Wohnungsbau, nicht anderthalb, sondern drei. Das muss das Ziel sein. Und wir haben zwei Programme initiiert, beziehungsweise weiter möglich gemacht. Das ist einmal Modellprojekte zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Städtebauförderung und das bei vielen Abgeordneten beliebte Programmsanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur. Und ich glaube, auch hier wird der Bund seiner Verantwortung gegenüber Länder und Kommunen gerecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Haushalt der Gesamtverantwortung. Allein der Bundesrechnungshof sagt, dass 75 Milliarden Euro des Bundeshaushaltes Durchlaufposten an Länder und Kommunen sind. Wenn man ganz genau hinschaut, dann geben wir Entlastungen an Länder und Kommunen in der Größenordnung von 22 Milliarden pro Jahr. Und wir sorgen auch im Koalitionsvertrag bei den prioritären Maßnahmen dafür, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland bekommen und entlasten Länder und Kommunen nochmal in einer Größenordnung von 8 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigen die Steuereinnahmen bei Ländern und Kommunen. Deswegen, Gesamtverantwortung heißt dann aber auch, gerade was Länder und Kommunen betrifft, besonders die Länder, dass das Geld, was für Wohnungsbau, für Kommunalstraßen, für ÖPNV, für Bildung, Stichwort, der Bund übernimmt komplett, das BAföG, dass das dann auch da ankommt, wofür es gedacht ist und nicht in irgendwelchen Länderhaushalten versickert. Letzte Bemerkung. Janis Kass ist darauf eingegangen. Ja, wir haben eine Kraftanstrengung vorgenommen bei den Sicherheitsbehörden. Von den 10.000 neuen Stellen, wenn ich das BAMF mit dazu rechne, gehen drei Viertel in die Bereiche Bundespolizei, Zoll, Bundeskriminalamt und BAMF. Und wir entfristen allein beim BAMF 4.500 Stellen. Der Zoll wird erstmalig in dieser Größenordnung verstärkt mit 1.400 Stellen. Das können wir uns leisten, weil wir weiter Steuereinnahmen haben. Und ich teile nicht den Pessimismus von vielen anderen, dass hier Gewitterwolken am Horizont aufziehen. Wir haben weiter noch eine Rücklage von 24 Milliarden Euro. Und ausgehend davon, glaube ich, mit Blick auf den Haushalt 2019, der ja am 6. Juli im Bundeskabinett verabschiedet werden soll, kann ich nur eins deutlich machen, die Zahlen, die ich heute kenne, Stichwort NATO-Quote und Oda-Quote. Herr Bundesminister Scholz, wir werden unseren europäischen, wir werden unseren internationalen Verpflichtungen nur dann nachkommen, wenn diese beiden Quoten nicht absinken, sondern wenn sie aufwachsen. Sowohl die Oda-Quote als auch die NATO-Quote. Und wer mehr Europa will, wer mehr Europa bei der Verteidigung möchte, der muss auch seinen eigenen Beitrag leisten. Und deswegen, deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir noch mal in Ruhe über den 2019er Haushalt dann im parlamentarischen Verfahren reden. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Cassini-Lötz, Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es grenzt ja geradezu an ein Wunder, dass der Bundestagspräsident heute die Beratung eröffnen konnte. Was haben wir denn erlebt? Chaos in der Regierung, Streit in der Koalition. Die Schwesternparteien wollten sich quasi zerfleischen. Und wenn Sie heute Morgen so tun, als wäre alles geregelt, als wäre diese Koalition und diese Regierung stabil, dann machen Sie nicht nur sich selbst etwas vor, sondern diesem Land. Und das haben die Menschen nicht verdient, meine Damen und Herren. Herr Minister Seehofer, Sie haben Ihr Ministeramt missbraucht, um vermeintlich erfolgreichen Wahlkampf für die CSU in Bayern zu machen. Wenn man den Umfragen glauben darf, und auch vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben Sie sich damit gründlich verrechnet. Und ich finde, so darf das nicht weitergehen. In Bayern wird im Oktober gewählt. Und deshalb werden viele drängende Probleme der Menschen auf die lange Bank geschoben. Verhinderungspolitik 283 Tage nach der Wahl, das ist doch Ausdruck von großer Verantwortungslosigkeit. Die Mehrheit der Menschen in unserem Land erwartet berechtigt Antworten auf folgende Fragen. Warum tun Sie nichts gegen die wachsende Spaltung in unserer Gesellschaft? Warum tun Sie nichts für eine gerechte Besteuerung in unserem Land? Warum schützen Sie weiter die Vermögen der Superreichen? Und wo bleibt endlich eine wirksame Finanztransaktionssteuer die uns schon vor zehn Jahren versprochen wurde? Auf diese Fragen brauchen wir doch Antworten. Weiter, warum tun Sie nichts gegen Kinder- und Altersarmut? Wo bleibt endlich die armutsfeste Rente? Und viel schlimmer noch, warum tun Sie nichts gegen die Aufrüstung und die Kriege in der Welt? Sie liefern weiter Waffen an das kriegsführende Saudi-Arabien. Das ist doch eine Politik, die dem Frieden nicht dient, sondern Konflikte schürt. Und nun kommen wir mal zu den öffentlichen Investitionen. Herr Fricke, Sie haben hier Verschwendung vorgeworfen. Das ist völlig falsch. Wir haben viel zu wenig öffentliche Investitionen. Wir brauchen doch mehr Geld für Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und den öffentlichen Personennahverkehr. Da muss das Geld hin. Aber, meine Damen und Herren, Sie tun nichts, Sie beantworten diese Fragen nicht, weil Sie sich nur mit einer Frage beschäftigen, nämlich mit der Frage Ihrer Macht. Die CSU wollte offenscheinlich die Hauptforderung der AfD, Merkel muss weg, umsetzen. Und wenn Sie, insbesondere Herr Seehofer, auf der Suche nach einer neuen Schwesterpartei sind, dann ist das Ihre Sache. Doch Sie dürfen uns dabei nicht behindern, unsere Arbeit zu machen. Das Land braucht Lösungen und nicht diesen Streit und dieses Anbietern an die AfD. Die Linke hat viele gute Vorschläge in den Haushaltsberatungen gemacht, die alle von Union und SPD abgelehnt wurden. Wir fordern zum Beispiel mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Doch Sie kürzen trotz dramatischen Wohnungsmangels in den Großstädten das Geld für den Bau von preiswerten Wohnungen. Sie wollen noch mehr Eigentumswohnungen bauen lassen und geben auch noch über das Baukindergeld Milliarden an Steuergeldern aus. Und ich frage Sie, wie viele der zweieinhalb Millionen Kinder, die in Deutschland in Armut leben, werden von diesem Baukindergeld etwas haben? Kein einziges. Diesen Kindern helfen Sie mit keinem Cent. Und an dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass auch das Kindergeld bei armen Kindern auf Hartz IV angerechnet wird. Das nenne ich Politik der kalten Herzen. Und so darf das nicht weitergehen. Aber, meine Damen und Herren von der Regierung, insbesondere Frau von der Leyen, Sie haben ein großes Herz für die Bundeswehr und für Rheinmetall. Frau von der Leyen hat bereits, bevor die Haushaltsberatungen so richtig losgegangen sind, in Brüssel erklärt, dass sie das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel anstrebt, also die Verdopplung der Rüstungsausgaben, wenn man es genau nachrechnet. Und die Bundesregierung will in kürzester Zeit die Ausgaben für Aufrüstung und Krieg verdoppeln. Das ist verantwortungslos. Das hilft niemandem in unserem Land. Das hilft nur Rheinmetall. Und ich finde, es ist nicht die Aufgabe des Haushaltsausschusses und des Bundestages, insgesamt Rheinmetall, weiter Geld in den Rachen zu werfen. Was wir brauchen, ist eine verantwortliche Friedenspolitik. Und verantwortlich wäre wirklich eine diplomatische Offensive gegenüber Russland. Doch Sie leben weiter lieber in den Feindbildern aus dem vergangenen Jahrtausend. Und wie erklären Sie denn, dass Sie wegen Verstoß gegen Völkerrecht Russland mit Sanktionen belegen, aber nicht die Türkei und Saudi-Arabien, die auch das Völkerrecht brechen? Sie sprechen mit einer gespaltenen Zunge. Das ist unglaubwürdig und schädlich für unser Land. Und dieser Haushalt trägt die Handschrift einer handlungsunfähigen Regierung. Das haben die Menschen in unserem Land nicht verdient. Jetzt hat das Wort der Kollege Sven-Christian Kindler, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Verfahren zum Haushalt 2018, das war kein normales Verfahren. Das war ein extrem kurzes Verfahren, weil es durch die Regierung und Koalition so beschlossen wurde. Und zweitens war es überlagert vom politischen Stauerstreit in der Union und Chaos in dieser Regierung. Wir wussten doch ehrlich am Montag nicht, gestern Abend auch noch nicht, ob diese Regierung am Ende, diese Koalitionsmehrheit, diesen Haushalt Ende dieser Woche beschließen wird. Diese Regierung stand de facto gestern Abend schon kurz vorm Abgrund, gut 100 Tage, nachdem sie ins Amt gekommen sind. Und das lag am Dauerschreit und Chaos in der Union. Und das lag auch daran, weil die CSU und Teile der EU massiv nach rechts außen rücken wollen und damit Europa und die Demokratie in Geiselhaft genommen wollen. Ich finde das verantwortungslos von dieser Regierung. Und sie haben kurz vorm Abgrund nochmal die Notbremse gezogen und einen miesen Deal vereinbart. Aber dieser miese Deal, den die Union vereinbart hat, der wird auf den Rücken von Menschen geschlossen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Diese Menschen wollen die Internierungslage einsperren. Ich finde das schäbig und inhuman. Und ein Wort nochmal zur SPD. Die SPD-Spitze begrüßt ja die Einigung, hat aber noch ein paar offene Fragen. Ich frage mich, welche Fragen Sie noch haben. Hier geht es um Entrechtung von Menschen in geschlossenen Lagern. Ich frage mich ehrlich, SPD, wie viel Selbstaufgabe ist eigentlich noch möglich? Dieser Streit um die Abschottung, der hat auch massiv uns in Europa geschadet. Gucken Sie doch das Ergebnis vom Europäischen Gipfel an. Es geht um zentrale Fragen bei der Frage, wie geht es weiter mit Europa. Herr Scholz, die Kanzlerin, Sie haben dazu auch gesprochen in der ersten Haushaltswoche. Wie geht es weiter mit der Wirtschafts- und Währungsunion? Wie können wir Europa krisenfester machen, sozialer machen, demokratischer machen? De facto ist vom Europäischen Gipfel nichts rausgekommen. Bis auf die Netzabsicherung für die Bankenunion ist de facto nichts rausgekommen. Der ganze Gipfel wurde überlagert von der Abschottungspolitik auf europäischer Ebene. Ich finde es erbärmlich, dass die Bundesregierung bei den zentralen Fragen in Europa, wie geht es sozialer, demokratischer, krisenfester, nichts geliefert hat bisher auf dem europäischen Gipfel. Diese rechten Phantomdebatten, die Sie die letzten Wochen hier im Deutschen Bundestag und in der Presse sich geliefert haben, um Abschottung, die haben gleichzeitig auch von realen Problemen in diesem Haushalt und in diesem Land abgelehnt. Abgelenkt. Millionen Kinder sind in Armut. Die Klimakrise verschärft sich massiv. Wir haben ein großes Artensterben. Wir haben giftige Luft in den Städten. Wir haben massiven Betrug beim Mindestlohn. Zu wenig bezahlbare Wohnungen. Das sind die realen Probleme in diesem Land. Und die müssen Sie im Haushalt auch endlich anpacken. Aber bei dieser Regierung, auch bei diesem Haushalt, kämpft jeder gegen jeden. Es gibt keine gemeinsame Linie, keine gemeinsame Arbeit, keine großen Veränderungen, auch nach der Bereinigungssitzung. Am Ende hat dieser Haushalt weiter große Lücken. Es gibt große Lücken beim Klima, bei Gerechtigkeit und Frieden. Das bleibt ein Haushalt ohne Zukunft nach diesen Beratungen. Nur ein Beispiel für die Gerechtigkeit. Beim Baukindergeld. Sie haben jetzt eine teure neue Subvention beschlossen mit massiven Mitnahmeeffekten, die vor allen Dingen besser verdienenden Familien zugutekommen werden. Das kostet insgesamt 10 Milliarden Euro in zehn Jahren. Und damit wird der alte Zombie der Eigenheimzulage wiederbelebt. Aber am Ende hilft das nicht den vielen Familien mit kleinem, mittleren Einkommen in den Städten, die verzweifelt eine Wohnung zur Miete suchen. Denen hilft das nicht. Die lassen Sie im Regen stehen. Sie haben eine große Lücke beim Frieden. Internationaler Klimaschutz, humanitäre Hilfe, Kampf gegen den Hunger. Das wird alles Stückwerk im Haushalt, alles unterfinanziert. Stattdessen steigert diese Regierung die Rüstungsexporte und lädt massiv den Rüstungsetat auf. Und 2019, Herr Scholz, wollen Sie ja noch mal eine Schippe drauflegen. Und das, obwohl kein anderer Etat in den nächsten vier Jahren bis 2021 so stark steigen soll, wie der Bundeswehretat. Kein anderer Etat soll so stark steigen. Ich sage Ihnen, das ist eine völlig falsche Prioritätensetzung. Das wird die Welt unsicherer machen. Und auch beim Klima haben Sie ein großes Schweigekartell gebildet. Die große Herausforderung, wie können wir die Klimakrise bekämpfen, ein großes Schweigekartell der Regierung. Wir sehen, dass ganz viel Geld im Haushalt nicht abfließt für sinnvolle Energieeffizienzprogramme, für Klimaschutzprogramme, Energie- und Klimafonds, der fließt nicht ab. Und gleichzeitig haben wir über 50 Milliarden Euro klimaschädliche Subventionen, die die Bundesregierung jedes Jahr ausgibt. Für den schmutzigen Diesel, für schwere Dienstwagen, für die Agrarindustrie, für die Flugindustrie, beim Klimaschutz, bei der Klimarettung haben Sie ein paar Millionen. Und für die Klimazerstörung, da geben Sie Milliarden aus. Das muss sich dringend ändern. Wir sehen, nach gut 100 Tagen, formal ist diese Regierung noch im Amt. De facto sind sie inhaltlich und vom Arbeitsstil her gescheitert. Blockade, Streit, keine gemeinsame Linie. Und beim Haushalt große Lücken, beim Klima, Gerechtigkeit, Frieden, das ist ein Haushalt ohne Zukunft. Das muss sich dringend ändern. Vielen Dank. Und mehr erteile ich das Wort dem Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Mittelpunkt der zweiten Lesung des Bundeshaushalts 2018 stehen nun Zahlen, Vereinbarungen und Fakten. Und das ist auch ganz gut so. Der Dichter, Georg Friedrich, Philipp Friedrich von Hardenberg, getippt, man nennt Novalis, hat einmal gesagt, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, dann wird die Welt besser. Man soll sich mehr nach Stimmung richten. Nach den letzten Tagen würde ich sagen, Zahlen, Fakten sind nicht so schlecht. Der Bundeshaushalt ist ein Haushalt, der auf die Zukunft unseres Landes setzt. Deshalb wird investiert. Und die Steigerung der Investitionen spielt eine große Rolle bei der Formulierung des Haushaltes, bei dem, was beschlossen worden ist, bei dem, was in den Haushaltsberatungen noch zusätzlich ergänzt worden ist. Ich halte das auch für zentral. Wir müssen investieren in unsere Infrastruktur. Wir müssen investieren auch in moderne, neue Infrastrukturen, etwa wenn es um den Breitbandausbau geht, und wir müssen natürlich investieren in die Zukunft unseres Landes, wenn es um Bildung und Erziehung geht, wenn es um die Frage geht, wie wir Forschung voranbringen können. Alles das bildet sich in diesem Haushalt ab. Deshalb haben wir die Mittel dafür bereitgestellt. Und das wird auch eine Rendite ergeben in einem besseren Leben in unserem Land und besseren Wirtschaftsmöglichkeiten und einem weiteren Zuwachs von Arbeit und Beschäftigung. Alles das brauchen wir. Und ich bin deshalb sehr froh, dass wir diesen Weg gehen konnten. Ganz wichtig ist, dass wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass mehr investiert werden kann. Und dazu benötigen wir Änderungen der Verfassung. Die sind auf den Weg gebracht und werden in den Beratungen dieses Hauses eine große, große Rolle spielen. Aber ich will ausdrücklich und auch an dieser Stelle für diese Veränderung werben. Wir müssen eine Veränderung zustande bringen, etwa um mehr tun zu können für Bildung und Kitas. Und deshalb ist die vorbereitete Verfassungsänderung ein großer Schritt. Der Bund kann Gemeinden und Länder bei der Finanzierung dieser Aufgabe unterstützen. Und das ist längst nötig. Ein Gesetzesvorhaben, auf das viele jetzt warten, zum Beispiel das Gute-Kita-Gesetz, das auch dafür sorgt, dass die Qualität der Kitas besser wird und dass das mehr Betreuungsmöglichkeiten gibt, für die keine Gebühren gezahlt werden muss, ist nur möglich, wenn wir diese Verfassungsänderung auch tatsächlich zustande bringen. Und das Gleiche gilt, wenn wir die entsprechenden Voraussetzungen schaffen wollen für die Notwendigkeit zur Investition in Schulen. Das Gleiche gilt, wenn wir die Voraussetzungen schaffen wollen für weiteren sozialen Wohnungsbau in unseren Städten. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, wenn der Deutsche Bundestag sagt, unterstützt später vom Bundesrat, es soll auch in den 20er-Jahren wieder möglich sein und weiter Möglichkeit, sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Er ist für das Zusammenleben in unseren Städten von allergrößter Bedeutung. Natürlich ist das eine Investition, die nicht allein vom Bund gestemmt wird, sondern das ist etwas, wo die Länder ihren Beitrag dazu tun müssen und wo wir sicherstellen müssen, dass die Mittel auch für diesen Zweck genutzt werden und nicht für was anderes. Aber klar ist an dieser Stelle, dass es notwendig ist, dass wir etwas dafür tun. Wer sich die großen Städte unseres Landes einmal anguckt und auch viele, viele andere, der wird feststellen, ein erheblicher Teil der Mietwohnungen, die dort zur Verfügung stehen, sind einmal als geförderte Wohnungen entstanden. Und sie sind die Grundlage für bezahlbaren Wohnraum in unseren Städten. Wir müssen dafür sorgen, dass das Zusammenleben möglich bleibt, weil es bezahlbar ist. Und das ist die Gefahr, die wir verhindern müssen. Und natürlich brauchen wir, wenn wir über Klimawandel diskutieren und über bessere Luft in den Städten und in den Metropolregionen unseres Landes auch mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, der diese Region erschließt. Und darum ist es ebenfalls richtig, dass wir dazu die Verfassung ändern, damit diese Investitionen gesteigert werden können. Es war ein Missstand, dass über viele Jahrzehnte der Ausbau der Metrosysteme in Deutschland nur noch mit dem gleichen Betrag gefördert worden ist. Da muss eine Steigerung möglich werden. Diese Steigerung eröffnen wir jetzt. Applaus Es ist schon gesagt worden, wir müssen etwas tun für Sicherheit. Das betrifft die Maßnahmen der Innenpolitik, die sich mit der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt beschäftigen. Das betrifft den Zoll. Denn zur Sicherheit gehört auch dessen Arbeit dazu und insbesondere dazu, wie wir Schwarzarbeit bekämpfen können. Und deshalb ist es auch notwendig, dass wir diesen Aufwuchs an Personal möglich machen, der mit diesem Haushalt eröffnet wird. Genauso wichtig ist es aber, dass wir angesichts der Herausforderungen, die mit der Migration verbunden sind, dafür sorgen, dass die Einrichtungen in Deutschland, die sich mit der Fluchtmigration beschäftigen, auch ordentlich ausgebaut sind und ordentlich aufgestellt werden. Applaus Man kann ja viel diskutieren über rechtliche Fragen. Und wir tun es in diesen Tagen mit großer Leidenschaft. Aber ich will ausdrücklich dazu sagen, es muss auch so sein, dass wir Institutionen haben, die mit der Aufgabe zurechtkommen können. Und deshalb ist es richtig, dass wir dafür sorgen, dass es mehr Stellen gibt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und deshalb ist es noch mehr richtig, dass all die befristeten Stellen entfristet werden, die wir dort heute haben. Applaus Wenn wir schnelle, zügige und richtige Entscheidungen möglich machen wollen, das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, und das ist auch wichtig im Umgang mit Flüchtlingen, dann muss es auch so sein, dass wir eine Institution haben, die tatsächlich dazu in der Lage ist. Ich habe deshalb alles dafür getan, dass diese Mittel bereitgestellt werden und wir diese Personalentscheidung auch treffen können. Und ich sage an dieser Stelle, alles, was erforderlich sein wird, um eine hocheffiziente Verwaltung in diesem Zusammenhang zustande zu bringen, werden wir möglich machen und finanzieren. Wir brauchen die Kompetenzen und die Fähigkeiten, damit schnelle Entscheidungen zustande kommen. Applaus Für mich vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir auch etwas dazu beitragen müssen, dass wir die Zahl der Befristungen in der öffentlichen Verwaltung reduzieren. Diese Regierung hat sich vorgenommen, die sachgrundlosen Befristungen in Deutschland zu reduzieren und zu senken. Wir werden deshalb ein Gesetz machen, das sich auseinandersetzt mit sachgrundlos befristeter Beschäftigung und versucht, das in den Unternehmen zu begrenzen. Aber wenn das unser Vorhaben ist, dann müssen wir selbstverständlich als Staat das auch für uns zur Grundlage machen. Und deshalb wird es eine Haushaltsregel geben, die lautet, keine Behörde, keine dieser Einrichtungen darf mehr als 2,5 sachgrundlos Befristete Beschäftigte haben, wie es das künftige Gesetz vorsieht. Ich glaube, das ist ein guter Fortschritt. Es ist schon angesprochen worden in der Einbringungsregel zu diesem Haushalt habe ich gesagt, Europa ist das wichtigste nationale Anliegen Deutschlands. Und ich wiederhole das wieder, das ist die wichtigste Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, weil wir nur in der Kooperation mit anderen in der Lage sein werden, unsere gemeinsame Zukunft zu bewältigen. Niemals wird es für uns möglich sein, dass wir alleine auf die Herausforderungen der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, unserer gemeinsamen Außengrenzen, auf den Umgang mit Fluchtmigration oder auch die wirtschaftliche Entwicklung unseres Kontinents reagieren können. Das können wir nicht als einzelne Staaten, das können wir nur gemeinsam mit den anderen Ländern der Europäischen Union. Deshalb ist es richtig, dass wir Fortschritte erreicht haben in der Zusammenarbeit mit Frankreich, aber auch im Zusammenhang mit den Gesprächen bei den Gipfeln der Finanzminister, bei dem Europäischen Rat und die nächsten Schritte für die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion voranbringen. Und wir werden dabei nicht stehen bleiben können, denn wir müssen, wenn wir dieses Europa stark und festmachen wollen, auch weiter dafür sorgen, dass es auch in sozialer Hinsicht zusammenhält und wir dazu die Voraussetzungen schaffen. Das so zu sehen, heißt aber auch, dass man in jedem Politikbereich Europa im Blick behält, dass man nicht national alleine handelt, sondern dass wir immer handeln als Gemeinschaft der europäischen Staaten. Ich glaube, das ist unsere Verpflichtung. Der Haushalt leistet einen Beitrag dazu, unsere Politik muss es auch. Schönen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Martin Hebner, AfD. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist eine Realsatire, die die Regierung hier veranstaltet. Der Finanzminister schwelgt von und in einer roten Null ohne Realitätsbezug. Der Innenminister schrammt an seinem Rauswurf vorbei, wobei er nur etwas mehr geltendes Recht, nicht ganz, nicht komplett, Gott behüte, so nur etwas geltendes Recht umsetzen möchte. Und die Frau Bundeskanzlerin, die sie jetzt eben gerade verabschiedet hat, möchte ihr Ansehen in der EU als in dem Fall wichtiger darstellen als die Interessen unseres deutschen Volkes. Wobei das Thema deutsches Volk, den Begriff, den möchte unsere Bundeskanzlerin auch nicht mehr, sondern allenfalls noch schon länger hier lebende. Der hier vorgelegte Bundeshaushalt passt nahtlos zu den weiteren Fehlleistungen dieser Koalition. Es fehlt dem Bundeshaushalt völlig die Vorsorge für massive Risiken, um nur zwei zu nennen. Während heute auf einen Rentner noch drei Berufstätige kommen, werden es in 20 Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung, die schon lange bekannt ist, nur noch zwei sein. Und die Rentenbeiträge reichen heute bereits nicht. Die Renten müssen zusätzlich heute bereits aus Steuern mitbezahlt werden. Das ist seit Jahrzehnten bekannt. Aber anstatt, wie von der OECD gefordert, Vorsorge zu betreiben, verschleudert unsere Regierung das Geld der Steuerzahler. Dafür werden der nächsten Generation noch zusätzlich, Herr Finanzminister, massive Lasten mit der Versorgung arbeitsuntauglicher Migranten und deren Nachzug aufgebürdet. Zurzeit etwa 50 Milliarden pro Jahr. Noch mal dazu kommen die sozialen Kosten, ein erheblich größerer, wie eben gerade schon mehrfach angesprochen, neuer Polizeiapparat und Justizapparat, bis zu grassierende Gesundheitsausgaben und ebenso nicht mitgerechnete Gewalt und Lebenseinschränkungen für Frauen aufgrund der mittelalterlichen Einstellung von Merkels Gästen. Und Frau Merkel will mit dem globalen Pakt für Migration so noch viel mehr Migration draufsetzen. Im Haushalt, und dazu ist ganz klar zu kommen, fehlt weiter die Vorsorge für die anteilige Abschreibung der Euro-Krise und Bürgschaftskosten an die Länder wie Griechenland, Zypern, Italien und Portugal. Es ist unmöglich, dass diese Gelder auch nur annähernd an Deutschland zurückgezahlt werden. Allein die Bilanz der Deutschen Bundesbank besteht zu über 60 Prozent mittlerweile aus Target-2-Außenständen, heute fast eine Billion Euro. Und wir verkaufen unsere Waren an die EU weiterhin auf Pump. Ja, die Deutsche Bundesbank und somit die deutschen Steuerzahler finanzieren die Exporte der Wirtschaft und der Euro-Südländer. Und liebe Kollegen von der linken Seite, Sie sind doch immer so gegen Industriesubventionen. Das genau wird momentan betrieben. Nichts anderes als mit diesen Target-2-Außenständen. Das Geld Deutschlands, Außenstände auf Target-2, bekommen wir größtenteils nie wieder. Aber die Regierung macht weiter. Und die kommenden Generationen bekommen die Rechnung dafür, dass die Regierung sich und uns immer noch einredet, wir würden vom Euro profitieren. Diese Regierung handelt wie ein Hedgefonds. Ja, genau, liebe Linke. Wie ein, so in dem Fall von Ihnen, als Finanzindustrie ungeheuer angesehener Hedgefonds. Nur entgegen der Hedgefonds handelt diese Regierung ohne betriebswirtschaftliche Grundanalyse. Und sie handelt in dem Falle mit Einsatz dem Geld der deutschen Bürger. Sie alle von den Koalitionen betreiben eine Wette. Einen Wett auf den Erhalt des Euro mit unvorstellbarem Einsatz, den die deutschen Steuerzahler bezahlen müssen. Die ganze Wette ist eine tickende Zeitbombe. Und die Entwicklung in Hamburg, sehr geehrter Herr Finanzminister von der HSH Nordbank, kennen Sie ja noch, dass Bürgschaften irgendwann mal zu bezahlen sind. Denn da haben Sie in dem Falle einen Nachtragshaushalt auflegen müssen. Und jetzt bitte, meine Damen und Herren, stellen Sie sich den Nachtragshaushalt vor, den wir bei Risiken, die wir aktuell haben, für die Bundesrepublik Deutschland von 2.000 bis 2.500 Milliarden Euro an Euro-Wetten Außenständen einmal vor. Da kann ich nur sagen, viel Vergnügen. Und herzlichen Dank für diesen nicht ausgeglichenen Haushalt. Herzlichen Dank, Herr Finanzminister. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. André Berkegger, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, kommen wir zurück zum Haushalt. Ein Haushalt ist, meine Damen und Herren, immer eine gute Teamleistung. Das kann man in diesen Zeiten wohl sagen. Und ich glaube, manchmal auch bis zur Nachspielzeit. Unsere Nachspielzeit ging in der letzten Woche in der Bereinigungssitzung, ich glaube, bis kurz vor drei. Ich würde sagen, die Koalition hat konzentriert gearbeitet bis zum Schluss und einen guten Kompromiss vorgelegt. Dieser Kompromiss steht für Seriosität, für Kontinuität und er schafft Vertrauen. Und das können die Bürgerinnen und Bürger von uns, denke ich, erwarten. Und deswegen kann ich jedem hier im Hause nur am Donnerstagabend die Zustimmung zu unserem Haushalt empfehlen. Das Volumen beläuft sich auf gut 343 Milliarden Euro und damit 14,5 Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. Und seit 2014, wie schon vorher erwähnt von Eckhardt Rehberg, nehmen wir keine neuen Schulden auf. Und wir lehnen neue Schulden auch konsequent ab. Und wir werden uns sogar im nächsten Jahr einem weiteren Ziel widmen. Das war die Idee in der vorherigen Registratur, ne? Wie bei der Haushaltseinbringung, lieber Johannes, du hast deine Redezeit. Wir werden uns im nächsten Jahr einem weiteren Kriterium nähern, dem Maastricht-Kriterium, dass der staatliche Schuldenstand unter 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sinken wird. Und auch das ist nicht nur Statistik, sondern das sichert Glaubwürdigkeit und vor allen Dingen Unabhängigkeit bei der Finanzplanung. Ein Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik. Aber wir müssen ihn natürlich lebensnah umsetzen. Und das will ich an einigen Beispielen deutlich machen. Wir müssen die Realität als erstes abbilden. Das ist völlig klar. Wir weisen immer wieder im Haushaltsausschuss darauf hin, dass die Planzahlen und die Ist-Zahlen natürlich sich weitestgehend annähern sollen. Das Geld soll abberufen werden. Aber wir müssen dabei natürlich unbürokratisch in der Abwicklung sein. Und da komme ich auf ein positives Beispiel aus dem BMVI zu sprechen. Wir alle hier im Raum kennen die Projekte, die Programme der Breitbandförderung. Die Zeiten haben sich etwas verzögert, die Kosten sind gestiegen und damit auch die in den Anträgen zugrunde gelegte Wirtschaftlichkeitslücke. Und natürlich soll auch sie im BMVI gefördert werden können, ohne völlig neue Anträge stellen zu müssen. Ich glaube, das ist praktikabel. Alles andere hätten die Bürger auch nicht verstanden. Und so gibt es viele Beispiele, wie wir schauen müssen, wie können wir die Planzahlen ordnungsgemäß umsetzen. Ich finde, wir sind da auf einem guten Weg. Der Bund bewilligt weiterhin viele, viele Gelder für Länder, Kommunen und andere Empfänger. Und da haben wir natürlich nach dem Grundsatz der Subsidiarität Vertrauen. Aber in der letzten Legislaturperiode haben wir aus meiner Sicht nachvollziehbarerweise, richtigerweise die Prüfungsrechte des Bundesrechnungshofes auch erweitert. Und das ist, glaube ich, eine ausgewogene Darstellung, denn sie führt dazu, dass wir Vertrauen gewähren, aber im Zweifel auch durch Kontrollmechanismen für eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel sorgen können und diese überprüfen können. Das ist, glaube ich, ausgewogen. Und am Ende dient es der effektiven Abwicklung eines Haushaltes. Und natürlich haben wir den Grundsatz der Einjährigkeit im Haushalt bei den Ausgaben. Aber wir müssen schauen, dass wir bei größeren, komplexeren Verfahren, dass wir die Mehrjährigkeit durchsetzen, dass wir schauen, was ist da angemessen. Wir haben da gute Ansätze der Überjährigkeit im BMVI bei den großen Infrastrukturprojekten. Und wir haben ähnliche Mechanismen jetzt im Verteidigungsministerium entwickelt. Hier müssen wir mit den Ressorts zusammenarbeiten und, ich denke, für gute, praktikable Lösungen sorgen. Nun zu einzelnen Politikbereichen. Der Bereich der inneren Sicherheit, der ist natürlich gesellschaftlich und politisch von hoher Priorität, wie wir mit Händen greifen können. Wir werden dort personell, finanziell und sachlich aufstocken. Und das ist gar keine Frage. Und nur noch mal an dieser Stelle ganz ausdrücklich. Die Sicherheitsbehörden werden wachsen. Wir haben verschiedene Sicherheitspakete in der Großen Koalition, in der letzten Legislatur und jetzt auf den Weg gebracht. Und nur, um das noch mal deutlich zu machen. Ungefähr 80 Prozent der neu ausgewiesenen Stellen gehen in den Bereich der inneren Sicherheit. In dieser Zeit 7.500 neue Stellen. Davon gut 3.000 bei der Bundespolizei, gut 500 beim Bundeskriminalamt und 1.650 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und nicht zu vergessen und immer wieder zu erneuern, die 4.500 Entfristungen dort in dieser Zeit. Ich möchte das Thema Entfristungen gerne mal aus Sicht des Arbeitgebers bewerten. Die Arbeitswelt verändert sich. Jeder weiß das. Der Kampf um die guten Köpfe, um die besten Köpfe ist voll entbrannt. Und wir als Bund, als Arbeitgeberbund, müssen dort auch in vielen Bereichen besser werden. Und die Umwandlung von Befristeten in unbefristeten Stellen, die führt natürlich dazu, dass wir Unsicherheit abbauen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir Kompetenzen erhalten können und dass wir die Abwanderung in andere Bereiche vermeiden. Und das können wir, glaube ich, als Arbeitgeberbund, als Vorbildfunktion nur unterstützen und diesem nachgehen. Und das haben wir in verschiedenen Bereichen gemacht. In der Bereinigungssitzung haben wir das noch bei der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten nachgeholt. Und auch da werden wir, glaube ich, weiter ansetzen. Und da wir hier ja auch zu dem Einzelplan 08 und 20 sprechen, einige Gedanken noch zum Thema Zoll. Bei dem Thema Zoll kann man eines aus meiner Sicht noch deutlich machen. Wir müssen immer darauf achten, wenn wir Stellenaufwuchs verzeichnen und Stellenaufwuchs beschließen, wie realistisch ist das denn? Wie schnell können wir Stellen wirklich mit Personal besetzen? Und beim Zoll bin ich der festen Überzeugung, dass wir das dorthin kriegen. Warum kriegen wir das dorthin? Denn wenn wir uns Bereiche anschauen, wo wir immer noch mehr gute Bewerber als Stellen haben, dann habe ich da keine Probleme damit. Und dann glaube ich auch, dass wir das umsetzen können. Aber wir müssen schauen, vom Ende her gedacht, haben wir eigentlich auch genügend Ausbildungskapazitäten? Haben wir genügend räumliche Einrichtungen? Sind wir personell mit den Dozenten gut ausgestattet, dass wir eben diesen Nachwuchs erzeugen können und ausbilden können? Beim Zoll in einem so hochqualifizierten Bereich ist eben der Quereinstieg nicht so ganz oft zu verzeichnen. Und hier brauchen wir einen gewissen Vorlauf, je nach Ausbildungslaufbahn, zwei bis drei Jahre. Und darauf müssen wir immer achten. Ich glaube, da sind wir aber auf einem guten Weg. Und deswegen finde ich es richtig und wichtig, dass wir uns im Rechnungsprüfungsausschuss mit zwei Konzepten näher beschäftigen. Und zwar mit dem Standortkonzept für die Aus- und Fortbildung im Bereich Zoll und mit dem Konzept für die Einsatztrainingszentren im Bereich Zoll. Das in Gänze gedacht sichert, glaube ich, nachhaltig die Leistungsfähigkeit und Qualität der Arbeit. Ein weiterer Teilaspekt sei noch kurz erwähnt. Aus meiner Sicht als Arbeitgeber haben wir auch die Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Punkt, und zwar bei der Suche nach Wohnraum. Und auch das ist im Koalitionsvertrag angesprochen, angedeutet. Wir müssen schauen. Wir müssen ja immer sehen, es gibt viele Beamte noch im mittleren Dienst. Daran kann man das, glaube ich, relativ gut deutlich machen, dass wir auch bezahlbaren Wohnraum für unsere Beschäftigten in einer vertretbaren Nähe des Standortes, des Einsatzes zur Verfügung stellen können. Und da müssen wir, glaube ich, unseren Koalitionsvertrag weiter umsetzen. Und insbesondere in den Bereichen der angespannten Immobilienmärkte, bei den Ballungszentren mit Personalbedarf, ich nenne hier die Flughäfen und die Häfen, dort wirklich ein Auge drauf werfen und schauen, wie wir dort unterstützend tätig werden können. Und ganz zum Schluss sei nur noch erwähnt, dass es mich natürlich im Haushaltsausschuss gefreut hat, dass wir das Bau Kindergeld ohne Flächenbegrenzung durchgesetzt und beschlossen haben. Als Vertreter des ländlichen Raumes in Niedersachsen, im Landkreis Osnabrück, haben mich viele Zuschriften und Ansprachen zu diesem Thema erreicht. Und ich glaube, es war eine kluge Entscheidung, diese Förderung für Familien so zu beschließen, wie wir es letztendlich getan haben. Ich komme zum Fazit. Der Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik, aber wir müssen hinter die Zahlen schauen. Und ich glaube, die Lebensbedingungen in diesem Land können wir positiv, nachhaltig und zukunftsfest gestalten. Der Haushalt, der Ihnen vorliegt, ist eine gute Grundlage dafür. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen und insbesondere beim Ausschusssekretariat für die konstruktive Mitarbeit. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Nächster Redner ist der Kollege Christian Böhr, FDP. Vielen Dank, Herr Präsident. Verehrte Kollegen und Kollegen, Herr Minister Scholz, Ihre erste Amtshandlung war ja, den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages darum zu ersuchen, 46 zusätzliche Stellen in Ihrem Haus zu schaffen, um eine eigene Abteilung einzurichten. Und wie Sie es im Haushaltsausschuss dann formuliert haben, für die Wahrnehmung der Funktion des Vizekanzlers und um nach langer Regierungsbildung ein reibungsloses Arbeiten dieser Bundesregierung von Anfang an zu gewährleisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können an der Stelle gerne ein Fazit ziehen. Viele haben sich in den letzten Tagen gefragt, wo während dieser Regierungskrise eigentlich die SPD war. Ich habe mich gefragt, wo während dieser Regierungskrise eigentlich der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland war, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Frage müsste beantwortet werden. Und Herr Minister Scholz, der Kollege Rehberg hat vorhin davon gesprochen, dass sein Haushalt der Kontinuität, und das leider wahr. Sie setzen das fort, was die Große Koalition in der letzten Wahlperiode angefangen hat, nämlich um eines nicht zu kümmern, und das ist die Zukunft unseres Landes. Innerhalb von fünf Jahren, während dieser Legislaturperiode, innerhalb von fünf Jahren, Herr Kollege Kahrs, werden die Ausgaben des Zuschusses des Bundes an die gesetzliche Rentenversicherung um weitere 15 Milliarden Euro steigen. Wir werden während Ihrer Regierungszeit erleben, dass der Zuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung über 100 Milliarden Euro betragen wird, meine Damen und Herren. betragen wird. Ja, ist super, dass Sie da klatschen. Ich will Ihnen eine Zahl entgegenhalten an der Stelle. Die gesamten Bildungsausgaben des Bundes betragen nicht einmal diesen Betrag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben des Allerkleidstags nichts tun Sie für die Zukunft des Landes. Das ist Ihr Fehler. Nichts tun Sie davor, Frau Kollegin Nahles. Und, Herr Scholz, ich würde mich freuen, nachdem Sie auch zusätzliche Stellen geschaffen haben, dass Sie einfach mal auf Ihr eigenes Haus hören. Ihr eigener Chefvolkswirt mahnt Sie dazu, dass dieser Bundeshaushalt sich in einer kompletten Schieflage befindet. Sozialausgaben statt Zukunftsinvestitionen, meine Damen und Herren. Und das Märchen, die Investitionen würden steigen, ist nach wie vor ein Märchen, meine Damen und Herren. Nichts tun Sie für die Zukunft unseres Landes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will an dieser Stelle auch mit einem anderen Märchen aufräumen. Viel zitiert. Baukindergeld. Das ist ja die zentrale Wohltat dieser großen Koalition. Sie wollen sich dafür feiern lassen, dass, nachdem die Einnahmen durch weitere steigende Steuereinnahmen, gute konjunkturelle Entwicklung in Deutschland, nachdem die Steuereinnahmen weiter steigen, nachdem Sie den Menschen immer mehr von dem nehmen, was sie erwirtschaftet haben, dass Sie es dann durch eine Subvention wie das Baukindergeld zurückgehen. Nein, es wäre richtig, den Menschen das Geld von Anfang anzulassen. Jetzt ist der Vorschlag meiner Fraktion, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer einzurichten, der viel bessere, meine Damen und Herren. Darüber sollten Sie nachdenken. Und, Herr Minister, wenn man ein Fazit unter diesen Haushalt zieht, dann stellt man fest, dass es, ich habe lange gesucht, einen einzigen wirklich strukturellen Vorschlag gibt, um die Struktur des Bundeshaushalts für die Zukunft zu verändern. Und das ist tatsächlich, dass Sie es schaffen, in diesem Jahr und im kommenden Jahr, die Bundesmonopolverwaltung für Brandwein endlich abzuwickeln. Und zwar, nachdem die Europäische Union diese bereits vor 42 Jahren verboten hat, meine Damen und Herren. Der einzig strukturelle Vorschlag dieser Großen Koalition für den Bundeshaushalt 2018. Ich will, Herr Kollege Kahrs, Frau Kollegin Nahles, vielleicht mal so ein Fazit ziehen, auch über die Haushaltsberatung. Ich bedanke mich auch bei allen Beteiligten. Es war ja meine erste Haushaltsberatung im Deutschen Bundestag. Ein interessantes Ereignis in jeder Hinsicht. Wenn man ein Fazit zieht, dann stellt man fest, dass die Große Koalition insgesamt 2,6 Milliarden Euro mehr ausgeben will. Wir haben festgestellt, dass die Kollegen der Grünen Mehrausgabevorschläge von 17,2 Milliarden Euro gemacht haben. Und die Linkspartei bringt es auf ehrliche 43,4 Milliarden Euro. Es gibt eine einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, meine Damen und Herren, die strukturell vorschlägt, wie man diesen Bundeshaushalt entlasten kann, wie man die Menschen in Deutschland entlasten kann. Und das ist mit 353 Änderungsanträgen zum Bundeshaushalt 2018 und einem Entlastungsvolumen von 12,3 Milliarden Euro die Fraktion der Freien Demokraten, die Einzigen in diesem Haus, die das tun, meine Damen und Herren. Das ist jetzt interessant, dass die Kollegen der AfD dazwischenrufen. Das finde ich interessant. Ich gebe Ihnen an einer Stelle recht, ja. Entlastungsvolumen, wir 12,3 Milliarden, Sie tatsächlich, 3,3 Milliarden Euro. Und wissen Sie, wie das finanziert wird? Unter anderem dadurch, dass die Bundesrepublik Deutschland aus sämtlichen internationalen Organisationen aussteigen soll. Und die AfD schlägt vor, den Bundesnachrichtendienst in Deutschland abzuschaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer bereit ist, für die eigene Propaganda, die Sicherheit Deutschlands und der Menschen in Deutschland aufs Spiel zu setzen, der hat in solchen Haushaltsberatungen wahrlich nichts zu suchen, um das auch in aller Klarheit zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ja, das ist leider ein Haushalt der Kontinuität. Und er wird mit einer weiteren Hypothek belastet. Ich sage das direkt in Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Union. Durch Ihren Streit haben Sie die Handlungsfähigkeit dieser Bundesregierung während der Verhandlungen auf europäischer Ebene, insbesondere über die Zukunft der Währungsunion und die gemeinsame Finanzpolitik in Europa aufs Spiel gesetzt. Das ist ein Grund, warum wir in Zukunft mit weiterer Hypothek von europäischer Ebene rechnen müssen. Ein Schritt Richtung Transferunion ist auch deshalb in den letzten Tagen in Europa gegangen, weil diese Bundesregierung aufgrund ihres Verhaltens nicht handlungsfähig war. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Fabio De Masi, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Haushalt sichert weder den Zusammenhalt in Deutschland noch in Europa. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Bei den Investitionen sind wir aber Mittelmaß. Und der Finanzminister hat ja etwas Zahlen und Fakten angemahnt. Also gerne die Investitionsquote, die Investitionen gemessen an der Wirtschaftskraft sind in Deutschland unterdurchschnittlich. Wir haben eine Investitionslücke von 100 Milliarden Euro. Deutschland sollte doch den Anspruch haben, Spitze bei den Investitionen in Europa zu sein und nicht Schlusslicht. Die Zeichen stehen auf Abschwung und die USA drohen mit Strafzöllen auf deutsche Autos. Die Wirtschaftspolitik muss daher unabhängiger werden von den USA. Deswegen sollte man jetzt damit anfangen, in die Binnenwirtschaft zu investieren, weil Investitionen Zeit brauchen, um die Wirtschaft im Abschwung zu stützen. Würden Sie den Investitionsstau in Deutschland bei Krankenhäusern, bei Brücken, bei digitaler Infrastruktur mit demselben Elan auflösen, wie Sie sich im Schatten der Fußball-Weltmeisterschaft die Parteifinanzen erhöht haben oder sich in Meseberg mit Macron beim Thema Aufrüstung geeinigt haben, dann, verehrte Damen und Herren, lebten wir in einem schöneren Land. Und an die Kolleginnen und Kollegen der FDP, Sie sorgen sich, dass wir keinen Sommerschlussverkauf bei den öffentlichen Unternehmen machen. Ich sorge mich und meine Fraktion um den Sommerschlussverkauf in der Politik. Deswegen sagen wir Parteispenden von Unternehmen verbieten. Dann können wir hier auch über eine Reform der Parteifinanzen reden. Auch der Euro-Haushalt ist ein Witz. Die Finanzierung ist völlig unklar. Wir befürchten, es kommt zu einer Umbuchung ohnehin geplanter Investitionen aus dem EU-Haushalt. Und dieser Haushalt ist auch noch geknüpft an weitere nachfragende, hemmende Strukturreformen, also Lohn- und Rentenkürzungen. Statt sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen, führen Sie ein bayerisches Intrigantenstadel auf. Man möchte der Kanzlerin und Herrn Seehofer zurufen, gehen Sie, aber gehen Sie mit Gott mal. Sie vereinbaren ein Deal zu Lasten Dritter. Nichts ist in der EU abgestimmt. Es gibt kein Abkommen mit Italien. Was wird eigentlich passieren, wenn Sie bereits registrierte Flüchtlinge zurückschicken? Italien wird sie gar nicht mehr registrieren. Oder diese Menschen werden womöglich jahrelang in Lager gesteckt. Wie kaputt muss man eigentlich sein, in der Flüchtlingspolitik mit islamistischen Warlords in Libyen zu kooperieren? Selbst der Regierungschef Albaniens, ein Land, das die organisierte Kriminalität fest im Griff hat, sagte zu ihrem ursprünglichen Vorschlag von Lagern, er wolle Flüchtlinge nicht ablegen wie Giftmühl und lasse sich auch nicht durch eine EU-Mitgliedschaft schmieren. Wenn Sie das Flüchtlingsdrama lösen wollen, Sie haben dazu gar nichts beizutragen, das ist mir bekannt. Wenn Sie das Flüchtlingsdrama lösen wollen, dann stoppen Sie Waffenexporte in Spannungsgebiete, leisten Sie mehr Hilfe vor Ort und investieren Sie hier in Deutschland endlich in gute Integration, meine Damen und Herren. Die Linke hätte einen Vorschlag, das zu finanzieren. Die Quants und Klattens kassierten über eine Milliarde Euro Dividende aus Aktien der Abgastrixer von den bayerischen Motorenwerken, kurz BMW. Führen Sie die Vermögensteuer wieder ein, das wäre ein echter Fluchtsoli der Quants und Klattens. Sie könnten ja auch mal was gegen die Steuerflüchtlinge tun, verehrte Damen und Herren. Und eine Partei mit dem zähen Namen, die sollte ja den Bibelspruch kennen, er wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher ins Paradies kommt. Wir können es aber auch so versuchen. Oskar Maria Graf sagte ja mal über Bayern, machen wir halt eine Revolution, damit Ruhe ist. Ich habe ja gar nichts gegen einen Aufstand gegen Frau Merkel. Aber wie wäre es mit einem Aufstand für die Interessen von Millionen statt von Millionären? Wo bleibt der Aufstand der SPD gegen Frau Merkel? Bei Leiharbeit, bei sachgrundlosen Befristungen, bei Mietwucher, bei der Altersarmut oder beim Pflegenotstand? Eines ist sicher, Deutschland hat es verdient, besser regiert zu werden. Nächste Rednerin ist die Kollegin Anja Heidug, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist in der Tat heute Morgen schon eine eigenartige Situation. Hing doch gestern Abend die Zukunft der Regierung am seidenen Faden. Da hatte man schon sehr den Eindruck gewonnen, dass sie sich da Sorgen machen mussten um ihre Regierungszukunft, aber dass sie zunehmend vergessen haben, dass sie der Zukunft dieses Landes verpflichtet sind. Und wenn wir jetzt mal schauen, der Haushalt 2018 und die Haushaltspolitik, dann ist das in der Tat ja ein Faktenbuch, woran man lesen kann, Herr Finanzminister, wie initiativ und wie kraftvoll gehen Sie eigentlich diese Zukunft an. Und Sie haben heute eine ganze Menge Zeit darauf verwendet, klarzumachen, dass dies ein Haushalt der Investitionen ist. Da sind Sie aber wirklich ein bescheidener Mensch. Ich weiß ja, dass Sie vielleicht auch ein zögerlicher Charakter sind, aber so lassen wir Ihnen das nicht durchgehen. Sie sind gestartet mit einem Investitionshaushalt von unter 10 Prozent. Wir haben eine richtig brummende Konjunktur, einen extrem positiven Haushalt, Überschüsse auch in der Erwartung der nächsten Jahre. Und Sie schleppen sich dann mit dem zusätzlichen Versprechen von 2,4 Milliarden für die digitale Infrastruktur. Das ist in der Sache nicht falsch. Da schleppen Sie sich dann gerade mal so über die 10-Prozent-Marke eines Investitionshaushaltes. Das ist keine Marke, die uns ausreichen sollte. Das ist eine Beruhigungspille. Sie sind, wie gesagt, allerhöchstens dabei, Voraussetzungen für neue Investitionen zu schaffen, aber tatsächlich gehaltvoll wirklich mit diesem Haushalt in die Zukunft zu investieren. Diese Kraft bringen Sie nicht auf. Aber Sie machen etwas anderes. Und da sind Sie leider überhaupt nicht zögerlich. Und wenn man mal von Verantwortung spricht, würde ich sogar so weit gehen, dass Sie sich da ziemlich versündigen. Mit Mütterrente und Baukindergeld werden Sie am Ende Ihrer Regierungsverantwortung 2021 Löcher in den Haushalt gerissen haben, strukturell aufsummiert von über 20 Milliarden Euro. Wenn wir so etwas heute, solche Summen, in Zukunft wirklich investieren würden, dann wäre der Haushalt in einer richtigen Lage. Aber dass Sie als sozialdemokratischer Finanzminister einer auch unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten falsche Rentenpolitik mittragen, nämlich Mütterrente, gar nicht Steuer zu finanzieren, sondern durch die Sozialversicherung und ein Baukindergeld, wo Sie jetzt am Ende der Beratungen ja zugestehen müssen, dass sich das auch aufsummieren wird auf einen zweistelligen Milliardenbetrag, dass Sie das im Haushalt durchgehen lassen, das zeigt, dass Sie nämlich nicht kraftvoll für die Zukunft einstehen. Und man muss das dann auch mal wirklich beim Namen nennen. Ein Bürgermeister, der weiß, die Zukunft der Wohnungspolitik, die kann man anders machen. Das weiß Herr Kahrs auch. Man kann einen Schwerpunkt für den sozialen Wohnungsbau setzen. Aber Sie setzen einen Schwerpunkt in ein Instrument, wo alle Fachleute sagen, das ist unsinnig, das wird die Preisspirale anheizen und das wird den Familien, die ein Eigenheim finanzieren wollen, doch am Ende nicht helfen. Da hätten wir doch gar nichts dagegen. Dann machen Sie doch was anderes. Dann ändern Sie doch zum Beispiel die Finanzierung der Maklergebühren. Da trauen Sie sich nicht ran. Sie verheizen Steuergeld und machen deswegen keine zukunftsorientierte Politik. Aber der wichtigste Maßstab, und das ist in der Tat meine größte Kritik, der wichtigste Maßstab für unsere Haushaltspolitik sollte schon die europäische Zukunft sein. Und da haben Sie selber gesagt und den Eindruck erweckt in der ersten Lesung, dass das etwas ist, was Sie in den Mittelpunkt setzen wollen. Und wenn man dann sieht, wie waren jetzt die Ergebnisse beim Europäischen Rat, dann haben Sie das vielleicht nicht alleine zu verantworten und Sie arbeiten ja daran. Aber dann muss man sagen, die Kraft dieser Bundesregierung ist nicht da reingegangen, die durchaus vorhandene auch Spaltung der Europäischen Union in Länder, die keinen Investivhaushalt wollen und Länder, die einen Investivhaushalt wollen. Da fehlte die ganze Konzentration dieser Bundesregierung, das wirksam voranzutreiben. Und deswegen haben Sie jetzt ja auch eingestehen müssen, haben wir bis auf einen Minischritt zur Veränderung der Bankenunion im Juni 2018 keine zukunftsweisen Ergebnisse im Europäischen Rat, sondern wir haben eine Vertagung auf den Dezember. Und da muss ich Ihnen sagen, Herr Scholz, das zeigt auf, dass die europäische Zukunft bei dieser Bundesregierung nicht in guten Händen ist, weil sie ihre ganze Kraft, und das gilt natürlich auch insbesondere der Kanzlerin Merkel, auf den regierungsinternen Streit verwenden und zu wenig Elan für die europäische Zukunft schaffen. Das ist bedauerlich, das bedauern wir sehr. Und deswegen sind wir am Ende dieser Beratung auch nicht zufrieden. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Kanzel Kiesenteppel, SPD. Prost. Prost. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Zeiten der Privatisierung und der Verscherbelung von öffentlichem Tafelsilber sind vorbei. Die Ideologie Privat vor Staat ist gescheitert. Das sollte endlich auch die FDP realisieren. Es ist Zeit für einen starken Staat, und der Bundeshaushalt bildet genau dies ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Haushalt lebt nicht nur von Ausgaben, sondern vielmehr ist ein guter Haushalt auch auf gute Steuereinnahmen angewiesen. Und diese fallen nicht vom Himmel, wie wir alle wissen, sondern sie werden von den arbeitenden Menschen in diesem Land erwirtschaftet. Gleichzeitig sind sie aber auch das Resultat einer guten Steuerpolitik. Und diese werden wir in den kommenden Jahren noch besser machen. Und in turbulenten Zeiten, wie wir sie gerade erleben, gibt es eben keine Garantie dafür, dass die guten Steuereinnahmen auch so bleiben, wie sie aktuell geschätzt werden. Daher ist es für uns als SPD-Bundestagsfraktion auch wichtig zu betonen, ja, Investitionen haben Vorrang vor schwer kalkulierbaren Steuersenkungen. Und deshalb wollen wir heute mit gutem Maß gewappnet sein für zukünftige Herausforderungen. Das ist unser Anspruch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundeshaushalt 2018, den wir in dieser Woche beschließen werden, bildet genau dies ab. Und natürlich werden wir Menschen mit geringem Einkommen entlassen. Wir haben in der letzten Sitzungswoche das Familienentlastungsgesetz beschlossen. Damit werden wir das Kindergeld erhöhen. Wir werden den Kinderfreibetrag anpassen. Und wir werden den Grundfreibetrag erhöhen. Das ist auch gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen auch den Wohnungsbau fördern. Das ist in zahlreichen Großstädten besonders notwendig und dringend geboten. Deshalb wollen wir den sozialen Wohnungsbau fördern mit 1,5 Milliarden Euro. Wir wollen mehr. Und heute haben wir auch von Herrn Rehberg eine Zusage für eine Verdopplung bekommen. Sie haben von 3 Milliarden Euro gesprochen, Herr Rehberg. Aber das reicht uns nicht. Und deshalb haben wir als SPD auch im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass sich die Politik der BIMA, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, künftig stärker an der sozialen Wohnraumförderung auch beteiligen soll. Und das ist auch gut. Und das geschieht auch mit diesem Haushalt. Wir werden in Zukunft eine Wende in der Liegenschaftspolitik des Bundes haben. Künftig sollen demnach Grundstücke im Wege des Direktverkaufs ohne Bieterverfahren unterhalb des Verkehrsverkehrtes, das ist ein Novum, an Kommunen angeboten werden. Das ist eine echte Wende für Deutschland und für eine gute Wohnungsbaupolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gleichzeitig, das reicht uns nicht, stehen wir auch vor einer anderen Herausforderung. Die FDP möchte hier Freibeträge für die Grunderwerbsteuer. Wir möchten erst den Missbrauch bei der Grunderwerbsteuer in Form von Share-Deals beenden. Den Ländern entgehen hier jährlich Steuereinnahmen von zig Millionen Euro. Wir brauchen hier klare und verfassungskonforme Lösungen. Wir arbeiten daran, um endlich gegen Spekulationen mit Wohnraum vorgehen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Steuerpolitik ist auch immer eine Frage der Solidarität und Gerechtigkeit. Deswegen werden wir in der Koalition die Abgeltungssteuer auch abschaffen und uns für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auch einsetzen. Und hier wollen wir noch einmal betonen, dass uns wichtig ist, dass die Besteuerung von Derivaten im Rahmen einer Finanztransaktionssteuer auch festhalten. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dürer? Herr Kollege Kraus, die Frage berichtet sich an die Rednerin. Er durfte schon sagen, was er auf dem Herzen hatte. Gestatten Sie eine Frage oder nein? Ja oder nein? Ja, bitte. Herr Kollege Dürer. Vielen Dank, Herr Präsident. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin, da Sie das Thema Shared Deals angesprochen haben und in Deutschland die SPD mit gewisser Unterbrechung seit 2005 dieses Land mitregiert und Sie zu Recht anmahnen, dass man da endlich ran muss, um an anderer Stelle dann auch Familien vielleicht bei der Grunderwerbsteuer zu entlasten, frage ich mich, wann kommt der Zeitpunkt, dass diese Regierungsfraktion endlich einen verfassungskonformen Vorschlag, ja, das andere ist wahrscheinlicher, aber einen verfassungskonformen Vorschlag genau dafür vorliegt, weil das brennt uns allen auf den Nägeln. Sie mahnen es an. Ich frage mich, wann handeln Sie? Herr Dürer, es freut mich ja, dass Sie auch den Missbrauch bei Shared Deals abstellen wollen, abschaffen wollen. Sie wissen, die Länder haben hier auch ein Wort mitzureden. Natürlich wollen wir das. Deshalb haben wir das in den Koalitionsvertrag auch reinverhandelt. Sie wissen, dass die Länder hier auch was mitzureden haben. Es gab eine Arbeitsgruppe, die hat ein Jahr getagt. Es liegen Ergebnisse vor. Nun ist das BMF auch dabei, hier einen Vorschlag zu machen. Haben Sie keine Angst. Wir werden diesen Missbrauch auch beseitigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja zurzeit viele Politiker, die nach nationalen Lösungen rufen, schreien. Doch brauchen wir insbesondere im Bereich der Finanzpolitik mehr gemeinsame europäische Lösungen statt nationale Alleingänge. Und auch wenn die Bundesregierung nur 100 Tage im Amt ist, gibt es hier wichtige Erfolge zu nennen, die Olaf Scholz auch erreicht hat. Das Bankenpaket zum Beispiel, was auf den Weg gebracht wurde, das soll dienen, um die Vollendung der Bankenunion auch zu ebnen, damit in künftigen Krisenfällen in Europa auch die Verursacher zur Haftung gezogen werden. Das ist ein Durchbruch, würde ich mal sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiterer Punkt ist, dass wir in Meseberg erreicht haben, dass wir den ESM, den europäischen Stabilitätsmechanismus, weiterentwickeln zum europäischen Währungsfonds. Das ist auch ein guter Schritt, um unabhängig auf europäischer Ebene hier Lösungsansätze anbieten zu können. Es gibt noch viele weitere gute Punkte, Maßnahmen zur Stabilisierung des europäischen Wirtschaftsraumes, wie zum Beispiel die Arbeitslosenrückversicherung. Auch da sind wir dabei, eine gute Lösung auszuverhandeln. Wir wollen digitale Geschäftsmodelle besteuern. Wir wollen eine Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung im Rahmen einer gemeinsamen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Das alles haben wir erreicht. Das ist unsere Politik, die uns gut wappnet für die Zukunft. Und das ist der Erfolg der SPD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Alois Rainer, CDU und CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Haushalt ist ein guter Haushalt. Ich will Ihnen in wenigen Punkten nur einiges skizzieren. Heute schon oft zitiert, die schwarze Null, sie steht. Wir haben uns ja mittlerweile fast schon ein wenig daran gewöhnt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde nicht müde werden, diese Selbstverständlichkeit nicht als Selbstverständlichkeit stehen zu lassen. Ein Haushalt ohne neue Schulden ist der beste Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Und daran müssen wir und werden wir in dieser Koalition auch weiterarbeiten. Ein weiterer Punkt, heute schon oft angesprochen, sind Zukunftsinvestitionen. Wir werden heute noch über den Einzelplan des Familienministeriums sprechen. Hier sprechen wir über Zukunftsinvestitionen. Aber für mich ist eine Investition in die Zukunft das Baukindergeld. Ich habe das auch absichtlich so getrennt gesprochen, denn es geht in erster Linie um die Kinder. Und man kann natürlich hier viel hineininterpretieren. Alles okay, akzeptiere ich auch. Ich bin jetzt froh, dass es so kommt, wie im Koalitionsvertrag abgesprochen, ohne Wohnflächenbegrenzung. Denn dies wäre meines Erachtens ein großer Vertrauensbruch gegenüber denjenigen gewesen, die im Mai darauf gehofft haben, auf die Aussagen des Gipfelgesprächs auf der Zugspitze, dass das Baukindergeld so wie vereinbart kommt. Und wir haben es, ja, kurz vor Torschluss, kann man noch sagen, in die Reihe gebracht, dass dieses Baukindergeld kommt. Nun ja, es wird... Es wird einiges kosten, da sind wir uns bewusst. Aber wir werden daran festhalten. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Haushalt ist auch, wie in den vergangenen Jahren, ein Haushalt, in dem festgehalten werden kann, wir unterstützen die Kommunen wie noch keine andere Bundesregierung vorher. Daran wollen wir auch festhalten, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass wir in einem föderalistisch aufgebauten Staat sind und hier es einmal auch Zuständigkeiten gibt. Wer ist zuständig für die Kitas? Wer ist am Ende der Tage zuständig für die Schulen? Das sind die Länder. Die Länder sind zuständig für eine auskömmliche Finanzierung ihrer Kommunen. Wir helfen dabei. Wir helfen dabei gern im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und, meine Damen und Herren, in der Bereinigungssitzung letzte Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir auch die Investitionen um 2,8 Milliarden erhöht. Das ist gut so. Da freuen wir uns drüber. Klar muss uns aber auch sein, dass wir alle miteinander daran arbeiten müssen, die Hürden zu verkürzen, um das Geld, das am Ende der Tage im Schaufenster steht, auch dementsprechend ausgeben zu können. Und ich meine damit viele bürokratische Hürden. Es wurden vorhin Brückenbauten angesprochen. Warum können wir manche Brücken nicht bauen? Weil manches seltene Tier irgendwo einen Brückenbau verhindert. Und daran müssen wir auch arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am beiden, Herr Kollege. Gut am Haushalt ist schließlich auch Folgendes. Wir stärken die Bundespolizei. Wir stärken das Bundeskriminalamt, den Zoll und das BAMF ganz massiv mit neuen Stellen. Ich halte das gerade in der aktuellen Situation auch für notwendig und geboten. Ich bin froh, dass wir aktuell die notwendigen Haushaltsspielräume haben und darüber verfügen. Man könnte sich durchaus auch schwierigere Zeiten vorstellen, in der solche Mehrausgaben nicht möglich werden. Und wir werden auch nicht müde daran zu erinnern, dass wir bei der Verteidigung nachbessern müssen und auch bei der Oderquote nachbessern müssen. Wenn man an die schwarze Null denkt, ne? Ja, da komme ich gleich noch dazu, lieber Herr Kollege Kars. Die schwarze Null steht seit 2014. Und da soll sie auch weiterhin stehen. Ich habe das große Glück, seit 2014, 2013 diesem Deutschen Bundestag anzugehören. Und für mich ist es eine große Ehre, dass diese unionsgeführte Bundesregierung diese schwarze Null hält. Aber, meine Damen und Herren, aufgrund dieser guten Einnahmen der guten wirtschaftlichen Situation dürfen wir eines nicht verbessern. Es darf kein Schlendrian in unser Tun reinkommen. Wir müssen aufpassen, dass nicht die Wirtschaft vernachlässigt wird oder mit besonderen Belastungen oder zusätzlichen Belastungen konfrontiert wird. Wir müssen aufpassen, lieber Herr Kollege Demasi, dass wir nicht in diesem Haus ein großes Automobilunternehmen aus Bayern als Abgas-Krickser hinstellen, was nicht stimmt. Das sage ich jetzt als Bayer. Und wir müssen aufpassen, dass wir weiterhin an unsere Zukunft denken. Unseren Kindern und diejenigen, die in unserem Land leben, keine weiteren, mehreren und höheren Schuldenberge überlassen, sondern wir müssen Chancen übergeben. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auf die drei Tage Haushaltsberatung im Hohen Hause. Vielen herzlichen Dank. Letzter Redner zu diesem Einzelplan ist der Kollege Sepp Müller, CDU-CSU. Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Deutschland steht so gut da wie noch nie, dank der Großen Koalition. Die Generation meiner Großeltern hat unser Land nach dem Krieg aufgebaut. Die Generation meiner Eltern hat unser Land nach der Wende aufgehübscht. Und meine Generation darf in einem Land leben, wo Millionen sich nach diesem Wohlstand sehnen. Und dafür sage ich herzlichen Dank, dass Sie diese Leistungen in Deutschland hingebracht haben. Herzlichen Dank, Große Koalition! Wir stehen gut da! Die Lebenserwartung steigt, die Einkommen steigen, die Steuereinnahmen sprudeln, die Arbeitslosigkeit sinkt. Dieser Haushalt, der vorgelegt wird, ist solide, sozial gerecht und zukunftsorientiert. Die schwarze Null steht nicht mehr zur Diskussion, sondern ist sogar eine Selbstverständlichkeit des gut agierenden Bundesfinanzministers Olaf Scholz. Die Gesamtausgaben in Höhe von 343 Milliarden Euro untergliedern sich in 40 Milliarden Investitionen. Das sind Investitionen in die Zukunft, das sind Investitionen in die Generation der Jugend, das ist Investitionen in unser Land und das ist gut so. Wir gehen die Familienentlastung an. Das Baukindergeld wird kommen. Der Dreiseitenhof in der Oberpfalz für 75.000 Euro, denjenigen kann sich jetzt die Familie leisten, die drei Kinder hat, weil sie kriegt 36.000 Euro dazu vom Staat. Das ist Unterstützung von Familien, das ist Unterstützung vom ländlichen Raum, das ist Große Koalition pur. Wir sind gut für dieses Land. Das Kindergeld steigt um 300 Euro im Jahr. Wir werden die Familien steuerlich entlasten. Und darum sagen wir, unser Ziel ist, Kinder vor Armut zu schützen. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Das ist gut für unser Land. Wir gehen die Zukunftsthemen an. Die Mieten müssen bezahlbar sein. Wir werden mehr Geld in sozialen Wohnungsbau stecken. Hier geht es um Gerechtigkeit. Hier geht es um die Krankenschwester in der Hansestadt Hamburg. Hier geht es um den Polizisten in München. Und hier geht es um den Taxifahrer in Berlin. Wir werden unserer Verantwortung gerecht, weil wir sind gut für unser Land. Wir gehen das Zukunftsthema Digitalisierung an. Für uns gilt Digital First, Bedenken Second. Ich freue mich, dass der Bundesfinanzminister auch dem Digitalkabinett angehört. 400 Millionen Euro extra werden in die Zukunft unseres Landes gesteckt für schnelles Internet. Und am Schluss werden wir nicht nur in Ingolstadt, sondern am Ende der Koalition hoffentlich in ganz Deutschland auch die Flugtaxis sehen. Wir gehen das Zukunftsthema Umwelt an. Umwelt ist nicht alles, aber ohne Umwelt ist alles nichts. Deswegen werden wir mehr Geld in den öffentlichen Personennahverkehr stecken. Deswegen werden wir mehr Investitionen in Straße, Schiene und Wasserstraße stecken. Zusätzlich bringen wir 80 Stellen in die Wasserstraßenverwaltung, damit wir auch hier mehr Power in das Wasserstraßennetz bekommen. Wir werden das Planungsbeschleunigungsgesetz machen mit fünf Pilotprojekten, damit wir schneller planen können, damit wir die PS auf die Straße bringen, die wir rein verhandelt haben in diesen Zukunftshaushalt. Dieser Zukunftshaushalt braucht auch Menschen, die mitmachen. Unter anderem 1.400 neue Stellen im Bereich Zoll. Wir werden mehr für die innere Sicherheit bei der Polizei tun. Wir werden mehr Soldaten einstellen. Und da ist es auch richtig, dass wir von der erfolgreichen Story Dezentralisierung aus Bayern lernen. Und die erfolgreiche Story aus Bayern heißt Dezentralisierung. Behördenaufwuchs muss in den ländlichen Raum gebracht werden. Und das ist gut so. Herr Kollege Müller, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Frigge? Selbstverständlich. Herr Kollege Müller, es ist etwas Überraschung hier auch in Ihren eigenen Reihen. Und etwas Verwirrung, ob der Zahn, die sind. Könnten Sie uns vielleicht, Herr Kollege Müller, in der großen Überzeugung, der Sie das sagen, sagen, wie viele Minuten Sie im Haushaltsausschuss an der Beratung teilgenommen haben? Vielen Dank, Herr Kollege von den Liberalen. Mich wundert es, dass anscheinend bei Ihnen noch Fachpolitiker sind. Bei uns sind wir alle Generalisten. Weil wir kümmern uns alle um den Bundeshaushalt in Deutschland. Und das ist die Zukunft. Das ist Große Koalition. Wir gestalten Zukunft anscheinend für Fachpolitiker bei Ihnen. Wir sind beim Thema Dezentralisierung. Und wir werden ja auch zukünftig die Erfolgsstory aus Bayern fortsetzen. Wir werden die neuen Behörden in den ländlichen Raum bringen. Die neuen Behörden, unter anderem die FIO-Behörde, sollte deswegen auch den ländlichen Raum stützen und stärken. Und deswegen fordere ich auch meine junge Generation auf, wir sollten diese Chance begreifen, die uns dieser Haushalt gibt. Bewerben Sie sich. Bewerben Sie sich. Denn Deutschland braucht Sie. Nicht nur beim Zoll. Nicht nur bei der Polizei. Lassen Sie uns Deutschland noch ein Stückchen besser machen. Unsere Großeltern werden stolz auf uns sein. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. Und zwar zunächst über den Einzelplan 08, Bundesministerium der Finanzen in der Ausschussfassung. Wer stimmt für den Einzelplan 08 in der Ausschussfassung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Einzelplan mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen. Wir kommen dann zur Abstimmung über den Einzelplan 08, Bundesrechnungshof in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Einzelplan 020 in der Ausschussfassung einstimmig angenommen. Und damit rufe ich auf den Einzelplan 2.